Hier in diesem Gebäude, wer ist hier in dem Gebäude drin, das ist der Mörder Wer hier in diesem Gebäude drin ist, ist der Mörder Oh shit Bruder, ich hab grad keine Ahnung, wer der Mörder ist Kippme-Foot, grad vor meinen Augen erschossen Hallo? Mörder Der Mörder in Fortnite ist wieder zurück, meine Freunde Und damit heyo Leute, die Kramix hier Und heute sind wir auf der Mörderinsel Ihr könnt es schon sehen, mit diesem Totenkopf im Hintergrund Das sieht übertrieben nice aus, auf jeden Fall auch Danke an Mimi für die Smap und heute Bei Mörderin mit dabei Kidnaff Fuck ein Auto mehr ohne Stern oder ohne Pferd Yeah Okay, Kidnaff ist irgendwie Schindig geworden oder so Was, das Leben ohne Rolex wert? Dann ist da in der Mitte Natürlich spiel mal Odomon PK Ich spiel mit meinen kleinen Trompeten Okay, und Schmacki Odomon hat grad meine Maut geklaut Deshalb werfe ich jetzt ein Frisbee Jungs, ihr habt alle so scheiß Begrüßungen heute gehabt Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video Wir sind jetzt hier am Zufallsgenerator Die Mörder war fest Die lila, eine schallgedämpfte Pistole Reingesteuert mit einem Frisbee, Junge Okay, dann alle mal nach oben gucken Schau dich dieses wunderschöne, verkammelte Holz von unten an Und dann looten in 3, 2, 1 Let's go Lega, wird alles aufgesaugt hier Ja, ja, okay, okay Ich glaub, die Waffe ist weg Dann alle mal in die Boxen rein, Leute Aha Aha So, dann geht's hier erstmal auf diese übelst krass Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll So eine Art Azteken-Map oder so Aber ich find's eigentlich ganz cool Apotheke Ja, Apotheken-Map, genau Wir haben auch hier die neuen Skins am Start Die sind einfach übelst böse aus Wir meinten schon so wie bei Detektiv Conan Dieser schwarze Mann da Der irgendwie immer diese Vermutung aufstellt Ihr wisst Bescheid Ja, auf jeden Fall Der Mörder hat wie immer zwei Sagen wir eine Minute Zeit, den Schlüssel zu verstecken Oh shit, ich muss hier erstmal klarkommen Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwelche versteckte Orte sind Ich glaub schon, ich glaub schon Ich glaub, hier sind locker so Geheimgänge und so Ach, ey, vor allem hier gibt's einfach so viele Verstecke Einfach so viele Orte, wo Odoman den Schlüssel verstecken kann Ich bin's nicht Ah ja Ah ja Ich bin's echt nicht, Mann Man hört's an seiner Stimme Nee, ich glaub Odoman Odoman ist, ich glaub ich echt nicht Ich glaub, Odoman ist echt nicht Odoman ist, ich glaub, Odoman fühlst du ruhig Glaub mir, hör nicht auf die Stimme Okay, vielleicht spielt das auch Odoman ist viel zu ruhig, Digga Max ist gerade viel zu glücklich, weißt du Ich bin, ich bin wirklich glücklich gerade Max ist sehr glücklich Ja Einfach weil ich, weil ich ein Unschuldiger bin, weißt du Achso, Digga, Max, Digga Ah ja, ein Unschuldiger, ich wär auch glücklich, Digga Ich bin mit einem Mörder irgendwo in der Map drin, Digga Yeeey Oder ich freu mich einfach gerade ein Video aufnehmen zu können Ey, wer ist hier, wer ist hier, wer ist hier Ich bin das, hallo Okay, okay Schmocki vertraue ich auch nicht mehr Der hat auch sein Vertrauen bei mir verloren Hä, wieso? Kidmaid ist auch ruhig, ja Ich sah ihre Snaps, sie hat Langeweile Schmocki, du hast letztes Mal Vertrauen bei mir verloren Bei der letzten Mörder Echt jetzt? Kidmaid ist auch erstaunlich ruhig Die beiden Achmeds sind sehr ruhig Ich weiß nicht, vielleicht machen die Ja, Bruder, wir sind ruhig Vielleicht bleiben wir auch Achmeds Das ist Beobachtungsphase, Digga Okay, ich bin hier auf der Also der Mörder müsste auch Den Schlüssel so langsam mal versteckt haben Viel gibt's hier nicht, Alter Also eigentlich easy Kann man da nach oben? Ja, man kann hier nach oben Ey, ey, ey Chill, chill, chill Wer ist hier bei mir? Wer ist hier bei mir? Ich will dich echt nicht killen Chill, chill dein Leben, Bruder Wer ist hier bei mir? Ich will nur Ich tut das, ich bin Frisbee Das bin ich, ich bin Frisbee, ja Ja, ich bin das, hi Okay, Schmocki ist bei mir Also wenn ich schlecht tot bin, ist Bescheid Ey, also mein Plädoyer Plädoyer, Digga Mein Plädoyer ist Schmock Ich weiß nicht, Schmocki ist auch 100% Schmock 100% Ich kann Schmocki nicht so richtig vertrauen hier beim Mörder, ja 100% 100% Okay, warum, warum? Meine Stimme Wirklich, meine Stimme ist anders jetzt normalerweise Irgendwie wie gerade ein bisschen Beef am Start, Digga Kid Maeve ist einfach auch die ganze Zeit zu ruhig, ne Ja, ich such gerade den Schlüssel Auf einmal rennt Odober mit seinen Äxten auf mich zu Und dann sagt der so Ne, stopp, ich will nichts tun Das heißt Die Hauptvermächtigen Warum rennst du auf mich zu? Ja, weil ich mit dir sein wollte Das heißt, die Hauptvermächtigen ist in allem Ey, wer ist hier bei mir, wer ist hier bei mir, wer ist hier bei mir Wer ist das hier, wer ist das hier Das wo springt, meinst du? Ja, ja Ich Okay, ey, 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 vermiss ich von mir Wer, wer is der andere, wer is der andere hier, wer is der andere hier Schmocki oder 5%, Schmocki ceremony Nein, 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 ich bin der alleine gerade Oho, 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 oho focuses Ne, warte, wo ist Kid Maeve Ich muss mit Kid Maeve reden Ich muss mit Kid Mayve reden Ich bin hier hinten transfers Digga, vermiss ich von mir Ich habe Angst Ich hab mir Angst, der von mir hat Kidmaid, Kidmaid, geh mir verwischt Ey, 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 ey Oh mein Gott Ey Schmocky, du B... Nein Schmocky, du ein Schmocker, du kannst nicht mehr sein Oh, Leute, Alter, so wollte ich das nicht eskalieren lassen Ich hab grad den Schlüssel gefunden, ich wollt's nur Kidmaid sagen, erst mal Schmocky, unsneakiest murder ever Ja, Dicke, ich hab an Ahmed vorbeigeschlagen Und Achmed, und Achmed... Alter Das war... Und dann mitten auf dem Marktplatz vor allen Leuten einfach schießen Dicke, ich wollte dich schlagen und dann war's ja vorbei Also, äh, hat Spocky jetzt gewonnen oder verloren? Ich weiß nicht, mich hat er als erstes getötet Hat er alle getötet? Ja, ja, ja Ah, okay, dann geht trotzdem die erste Runde an den Mörder, Leute Ich würde sagen, wir werden jetzt noch mal eine zweite Runde machen Let's go Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, es geht ab in die zweite Runde Alle noch mal nach oben schauen Alle? Auch du? Ja, gut, alle nach oben schauen Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go Slurppity derp derp, slurppity derp derp, slurppity derp derp Ah Ah, Schmocky, ne? Ja, ha Genau Und ist... Hä? Ist die Waffe weg jetzt, oder? Ich glaube schon, ja Ich glaube schon Das war übel strange, Leute Ach, mitdenkt, ich bin's Ah, schon wieder nicht die Waffe, Schmocky, ne? Das war grad einfach übel strange, aber ich weiß einfach trotzdem nicht, wer die Waffe grad aufgehoben hat Sie lag auf jeden Fall noch mal da Ja Aber okay, ich hab keine Ahnung Let's go Wie viel Zeit hat der Mörder? Äh, wie immer, äh, sagen wir... Ja, 1, 2 Minuten Eine Minute, oder? Nein, ja, so Wer ist hier, wer ist hier? Ich bin es, ich bin es Wer ist hier bei mir? Was machst du hier? Wer ist hier bei mir? Ich chill hier, du Ich, ich, ich Hä? Wer ist hier an der Tür? Hallo Bin ich Ach, das bist du, Max Ja, das ist gerade dukt Hä? Achso, ja, das bin ich Okay, okay Ich duke mich gerade Äh, ja, ich bin mal weg hier, ne? Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Was? Kidman? Ja? Wo bist du gerade? Ich renne, auf dem Feld Okay, dann war das Kidman hier, okay Was? Das war Schmocky Hä? Oh mein... Hä? Also ihr habt grad übelst, das grad übelst am Mindfuck Ich hab überhaupt keine Ahnung gerade, wer hier wer ist Also von der Stimme her ist grad schwer zu entscheiden Ja, okay, Schmocky Ja, ich bin... Hahaha Ey, ich bin's nicht, Jungs Ohne Witz Ich glaub, ich glaub nicht, dass Schmocky der Möhr ist Was hast du gerade hier versucht? Wer ist das? Guck mal, gib dir mal das Loch Warum, warum sagt Max Oh nein Er glaubt nicht, dass ich der Möhr anders kann Ey, Leute, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz Hey, hey, hey Hey, hey, hey Jetzt ist ein Verrückter bei mir Kommen alle in die Mitte, kommen alle in die Mitte Kommen alle in die Mitte Hey, jetzt ist ein Verrückter bei mir Verrückter bei mir Ja, das bin ich Ja, warum rennst du so mit der Axt auf mich zu Ey, Max, Max hat Schlüssel Ich hab den Schlüssel gefunden Ja, und Schmocky rennt wie ein Verrückter auf mich zu gerade Ja, ich vertrau dir, Max Ja, ich hab ja auch den Schlüssel gefunden Schau mal, wie Oduman jetzt gesagt hat, ich vertrau dir Warum, warum schleimt er sich so einwände? Warum, warum chillst du hinter meinem Rücken? Verpiss ich auch mal von mir Max, Max, hör mit zu Ja, und Kipmei, warum bist du da hinten? Ich beobachte die Situation Warum, warum, warum Wenn ich zu dir sag, ich vertrau dir Natürlich wegen der Waffe Warum sagt Schmocky Will krankhaft auf mich so, weißt du? Wie ich mein so auf mich Ja, weil Oduman wollte direkt so als Lämpchen So abgestattet werden Ja, Digga, ich bin ein Lämpchen, Digga Ja, Digga, geh mal hinter meinem Rücken weg Also ich finde Oduman Stimme ist viel zu motiviert Oduman hat echt ne sehr motivierte Stimme Oduman ist unnormal motiviert Okay, jetzt, ey, ihr drei Motherfucker, ihr seid jetzt mal ruhig hier Ich bin hier der, der unschuldig ist Jeder von euch könnte Mörder sein Ich weiß nicht Ja, aber Max Ganz ehrlich, ich fand Kipmeiiv auch vorhin voll komisch so am Anfang Mit diesem, ja, ja, guck mal da an der Ecke Wie der aussieht mit seiner schwarzen Maske Oha, oha, wie er auf einmal an die Ecke geht Sieht aus wie so ein Psycho, Bruder, ich schwör's dir Ja, aber die Sache ist, Ahmed, wenn Ahmed so auf, äh, alleine spielt So immer hinterm Busch oder in nem Busch hinterm Baum Dann ist das nicht Ich... Ist mir aufgefallen Das musst du nicht wissen, Digga Ich weiß es Schmocki, Schmocki kennt er nicht Schmocki kennt er nicht Ja, äh, äh, ihm ist... Wenn er nicht Mörder ist, dann macht er was anderes Ein anderes Spiel Also, ganz ehrlich, Leute, äh, ihr alle drei Meiner Meinung nach könnte das grad sein für mich Also ich vertraue grad auch keinem von euch Ja, ne, echt, Bruder Ich dachte, wir alle drei sind safe Nein, aber ich könnte... Vielleicht hab ich ja ne Vorordnung Aber ich hab null Vorordnung, weißt du Ja, ja Jeder für mich könnte das jetzt Oder ich versteck mich jetzt, Digga Ah, ich hab Angst Ich muss jetzt irgendwas Verdächtiges sehen Okay, ich bin bereit fürs Plädoyer Okay Es ist Odoman Es ist Odoman Es ist Odoman Leute, Leute, Leute Es ist, also Es ist ganz klar Achmel versteckt sich die ganze Zeit Das ist ganz typisch dafür, dass er nicht der Mörder ist Odoman ist unnormal motiviert gewesen am Anfang Hat die ganze Zeit auch so rumgelacht und so Ey, 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 hier hat grad jemand Fallen platziert Der wo? Hier in diesem Gebäude Wer ist hier in dem Gebäude drin, das ist denn der Mörder? Wer hier in diesem Gebäude drin ist, ist der Mörder Hier, hier, hier Ich seh ihn, er kommt von oben, er ist oben, er ist oben Irgendwer ist tot Ey, die Falle ist ausgelöst, Digga Schmocki? Guck mal, ich bin neben dir, ne Max, das siehst du Ich bin's nicht Das bist du hier, das bist du hier grad mit mir draußen Ich bin's nicht Das bist du mit mir draußen Hä? Wo ist die Falle? Da drinnen wurden auf jeden Fall Fallen gebläht Warte mal, Schmocki? Odoman Hallo? Beide jetzt tot? Kipmef, pass auf Ich bin durch die Falle durchgelaufen Du bist da durchgelaufen? Ausgelöst, Bruder Häh, ist noch eine Falle! Ja, bist... Hallo? Es sind zwei Okay, ich hab gesehen, Kipmef ist es nicht, er hat die Falle aus... Hä, jetzt ist die Frage, wer ist noch am Leben von den beiden? Digga, ich kann's so oder so nicht sein, Bruder, ich war hinter dir Ja, das hat für mich nichts zu heißen, aber ich hab grad gesehen, wie du die Falle aktiviert hast Okay Hä? Also, Bruder, wir beide sind safe Warte mal ganz kurz, was ich grad nicht checke Halt mal Abstand von mir Ja? Du bist grad einfach durch die Falle durchgelaufen, ohne dass sie dir auch nur einen Schaden gezogen hat Ja? Ja Ja, keine Ahnung warum, Bruder, ich bin's aber nicht Dreh dich um, dreh dich mit dem Rücken zu mir Okay Ey, oh mein Gott! Oh shit Bruder, ich hab grad keine Ahnung wer der Mörder ist, Kipmef wurde grad vor meinen Augen erschossen Hallo? Mörder! Hallo? Odoman? Schmucki! Ich war... Irgendeiner von denen wusste ja mehr das, ich hab euch keine Ahnung wer's grad ist Oh mein Gott! Ich muss den stoppen Nein! Ein Bursch, Bruder! Was? Oh mein Gott! Digga, ich hab euch so outplayed Digga, wie oft ich an Odoman vorbeigelaufen bin Oh mein Gott! Ich hab euch gekillt, Junge! Ich hör, Odoman hat uns grad alle auseinandergenommen Digga, er hat die Fallen gesetzt Und in einem Raum, wo es nur einen Eingang gibt Das heißt, er hätte gar nicht mehr rausgehen können Ja Ich geh rein, um zu gucken, ob da jemand noch drin ist Da war keiner mehr Digga, das richtiger Attentäter war Odoman auf jeden Fall Okay meine Freunde, dann würde ich sagen, das ist das von der Mörder Episode gewesen sein Krasses Mindgame von Odoman Checkt die Jungs auf jeden Fall aus Lasst den Like da, wenn ihr mehr Mörder sehen wollt Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax Bis zum nächsten Mal